Am 23. Mai 2024 wurde unser Grundgesetz 75 Jahre alt. Es bildet das Fundament unseres Zusammenlebens in einem demokratischen Rechtsstaat. Es ist das Fundament von unserer Freiheit. Uli Böhm beschreibt es wie folgt. Die Augenfreiheit geschlossen ist eine Aufforderung an uns alle. Der TUSA ist unseren Rechten aus einer humanistischen und respektvollen Perspektive, die den Umständen der Gegenwart der Rechtsstaat zu betrachten, um eine nachhaltige und friedvolle Zukunft in Einklang mit der unserer Natur zu bescheiden. Und worauf sie auch besonders hinweist, gerade sollten wir die Balance Justitias wagen, stets im Aurodatum. Vor dem Hintergrund dieser einfänglichen Worte freue ich mich besonders, Ihnen... Oh.